hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar stellt sich in unserem fall die frage ob denn am olg stuttgart im elften zivilsenat richter sitzen die nur vordergründig gesetzliche richter sind das olg stuttgart hat ja am 24 juni 2019 entschieden dass ich unsere kinder nur zwei stunden alle zwei wochen sehen darf weil ich ein gefährlicher vater bin wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das wechselmodell ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung das heißt durch beide getrennt lebenden eltern 50 50 werden die kinder zu gleichen anteilen betreut dies ist derart schädigend für kinder dass sie ihren vater wie gesagt nur zwei stunden alle zwei wochen sehen dürfen laut olg stuttgart und in seinem beschluss hat es olg stuttgart folgende passage der vater hingegen damit bin ich gemeint stellt nur vordergründig das wohl und den willen der kinder in den vordergrund verharrt aber dabei stets in seinen eigenen positionen und zeigt keinerlei wertschätzung von anderen meinungen sei es von jugendamt der verfahrensbeiständin dem sachverständigen den beteiligten richtern oder der mutter sinngemäß sagt es olg stuttgart hier dass ich als vater überhaupt gar keine ahnung habe was meinen kindern gut tut für diese pauschale entwürdigung würde ich sagen bekommt das olg stuttgart der elfte zivilsenat den ersten preis im jahr 2009 sind für die entwürdigung eines menschen und verstoß gegen artikel 1 des grundgesetzes und die hier aufgezählten behörden das jugendamt die verfahrensbeiständin der sachverständige die richter oder die mutter haben anscheinend ein problem wenn ich anderer meinung bin und sage dass es für kinder sehr wichtig ist dass sie von beiden eltern erzogen werden was es optimal ist für kinder auch aus psychologischer sicht und dann fühlen die sich nicht verstanden von mir ich habe immer argumentiert ich habe nie gesagt ihre meinung interessiert mich nicht so ich bin darauf eingegangen wenn ich mir das so anschaue habe ich den eindruck dass wenn wir jetzt in faschistischen zeiten leben würden in deutschland würde das olg stuttgart hier sagen wenn ich vor gericht sage dass menschen nicht aufgrund ihrer rasse diskriminiert werden dürfen dann würde man hier auch sagen das wäre nur mein vordergründiges interessen am interesse am wohl der menschen und genauso macht es hier das olg stuttgart heute was unsere kinder angeht hier wird ein vater entwürdigt soll entrechtet werden entmenschlicht werden mitten in deutschland am olg stuttgart im jahr 2009 10 ich denke ihr bekommt hier so wie ich diesen eindruck dass am olg stuttgart am elften zivilsenat kompetente intelligente nur an den tatsachen interessierte nur dem gesetz verpflichtete richter sitzen aber all dies nur vordergründig danke fürs zuschauen und wenn ihr zukünftig über neue videos nachrichtet werden wollt abonniert unseren kanal freifarm auf youtube und vergesst nicht auf die glocke zu klicken um wirklich über alle videos informiert zu werden nochmal danke fürs zuschauen und tschüss